kommst du mal wieder vom bussimulator ähnliche hey das ist wieder so groß ja vor dem vor dem bezirgischen blitze blitze ja ich hab's da mitgenommen aber ja fast wieso steht der tippt mich auch an da da schwede hier 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 ich hab gar kein gutes haben gemacht scheissendreck so kommen die strecke auch bei hinten hier 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 Da stehen Kisten davor. Da stehen Kisten davor. Das war's von dem Video.